Kapitel 4 Ratten auf dem Schiff? Carolina öffnet langsam die Tür. Sie hat ein bisschen Angst, aber sie möchte kein kleines Mädchen sein und sagt laut, hier sind keine Ratten. Da! Sie hört wieder etwas. Sie schließt die Tür schnell und läuft zurück in die Küche. Mama, im Vorratsraum sind Ratten, ruft sie laut. Caro, wir haben keine Ratten auf unserem Schiff. Papa kontrolliert immer. Ja, ich weiß, aber ich höre im Vorratsraum etwas. Caro, du bist doch ein großes Mädchen. Du klopfst laut an die Tür, dann schaltest du das Licht ein und alle Tiere laufen schnell weg. Sagt Carolinas Mutter und lacht. Carolina hat große Angst vor Ratten. Aber die Idee ihrer Mutter ist gut. Carolina klopft laut an die Tür und öffnet sie. Sie schaltet das Licht ein. In diesem Moment hört sie etwas. Da! Da hinten ist etwas! Ratten? Iiii! schreit sie ganz laut. Hey, sei doch leise! Keine Angst! Die Ratte spricht, denkt Carolina. Diese Ratte ist 1,85 Meter groß, hat blonde Haare und trägt Jeans und T-Shirt. Grüezi, ich heiße Roman, sagt die Ratte. Was machst du hier auf dem Schiff, will Carolina wissen. Ich weiß es nicht. Was, du weißt es nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Am Wochenende gehe ich immer mit meinen Freunden in Basel in die Altstadt. Wir essen dann Pizza und gehen zum Hafen. Gestern war ich plötzlich sehr müde. Vielleicht bin ich eingeschlafen. Eingeschlafen? Und dann? fragt Carolina. Dann kommst du und machst das Licht an. Kapitel 4